Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist ungeheuer. Der Westen will unbedingt eine Entscheidung erzwingen. Die Lage vor Ort ist schlecht für die NATO und jetzt soll es eben die massive Panzerverstärkung richten sozusagen. Und ehrlich gesagt, das ist auch der Grund, wieso wir hier jeden Tag auf Sendung sind. Wir hätten es uns einfach machen können als Kompaktmagazin. Wir haben eine wunderbare Printausgabe jeden Monat und die Sonderausgaben. Wir hatten immer schwarze Zahlen. Wir hätten uns den Stress mit dem jeden Tag Fernsehen nicht machen müssen. Aber es ist eben so, bei der Schnelligkeit der Entwicklung dieser Verbrecherbande kommen wir mit dem Monatsmagazin gar nicht hinterher und deswegen brauchen wir diese tägliche Sendung und deswegen machen wir uns den Stress. Ja, das Problem ist natürlich, diese schönen Fernsehsendungen spielen kein Geld ein, weil sie können alles kostenlos sehen bei uns. Das ist auch unsere politische Mission, möglichst viele Menschen zu erreichen. Da können wir kein Geld verlangen, aber trotzdem brauchen wir natürlich Geld. Wir brauchen Kapital, damit wir das alles finanzieren können, diese TV-Sendungen. Und ich darf Sie noch mal herzlich bitten um eine Spende. Kompakter Tag gerüttelt das Volk auf. Stehen wir für unsere Freiheit ein. Wir sind das neue deutsche Fernsehen. Wir zählen auf eure Unterstützung. Das geheime Deutschland wächst hier. Wir sind die Gemeinschaft der Standhaften. Werde auch du ein Teil davon. Kompakter Tag sendet die Nachrichten, die das Regime verbieten will.